Soriano gegen Königshofer, aber was macht denn der? Das habe ich noch nie gesehen. Zweiter Rang, zweiter Rang beim Elfmeter. Hast du das schon mal erlebt? Nein, das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja der Fritz-Stone. Was war da jetzt los? Wicker, das habe ich noch nie gesehen.